Unabhängig davon, dass wir jetzt den Preis gewonnen haben, weil wir es dann auch reflektieren, um zu schauen, was man macht und wo man steht und was man besser machen kann und wie man auch gegen aussen auftreten kann. Und ich denke, von daher ist es so oder so eine gute Sache für einen Betrieb, sich da in diesem Schalfenstet zu präsentieren.